Wenn du größere Anschaffungen vor dir hast für deine Selbstständigkeit, dann gibt es ein paar Dinge, die du in der Buchhaltung beachten musst. Was das ist, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontist Steuerberatung und wenn du größere Sachen für deine Selbstständigkeit anschaffen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Grundsätzlich sind diese Anschaffungen auch Betriebsausgaben. Ich habe übrigens zu dem Thema, was du als Betriebsausgabe absetzen kannst und was nicht, schon mal ein anderes Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier einmal oben rechts, kaufst dir Dinge, die du auch langfristig für deine Selbstständigkeit brauchst, beispielsweise einen Computer, deine Einrichtung, dein Auto. All diese Dinge, die nutzt du ja länger als nur einmal. Dann kannst du sie zwar steuerlich berücksichtigen in deiner Buchhaltung, aber nicht sofort. Du darfst sie nicht in voller Höhe quasi als Betriebsausgabe einbuchen. Wenn du jetzt ein Auto für 30.000 € kaufst, dürftest du diese 30.000 € nicht sofort im ersten Jahr steuermindernd Geld machen. Du verwendest ja auch, wenn du dieses Jahr ein Auto kaufst, hoffentlich es auch nächstes Jahr. Das heißt, diese Kosten musst du über diese Jahre der Nutzungsdauer verteilen. Ein wichtiger Faktor, der die Höhe der Kosten, die du ansetzen kannst, beeinflusst, ist die Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer ist der Zeitraum, auf den du quasi die Anschaffungskosten aufteilen musst. Wenn du eine Nutzungsdauer von 5 Jahren hast und eine Anschaffung von 1.000 € hast, dann rechnest du die 1.000 € durch 5 Jahre und kannst dann jedes Jahr 200 € als Betriebsausgabe absetzen. In der Theorie musst du diese Nutzungsdauer von deinen Anschaffungen schätzen. In der Praxis ist da aber gar nicht so viel kreativ nötig, denn es gibt Listen. Es gibt die sogenannten AFA-Tabellen und in diesen AFA-Tabellen ist aufgelistet, welche Anschaffungen wie lang abgeschrieben werden müssen. AFA steht für Absetzung für Abnutzung, das heißt, es ist die Abschreibung oder das Verteilen der Anschaffungskosten. Das sagt alles das Gleiche aus. Wenn du eine Anschaffung tätigst, dann googelst du idealerweise einfach das, was du anschaffst plus AFA. Und dann findest du diese Nutzungsdauer heraus und die verwendest du und du verteilst die Anschaffungskosten auf diese Jahre. Selbstständige haben zum Beispiel relativ häufig Büroausstattung. Büroausstattung wird klassischerweise über 13 Jahre abgeschrieben. Video Equipment, Kameras und so weiter werden auf sieben Jahre verteilt, PKWs auf sechs Jahre und Smartphones und Handy auf fünf Jahre. Jetzt magst du dir vielleicht schon denken, naja, Handy fünf Jahre? Mein Handy ist erst drei Jahre alt und schon lange nicht mehr auf dem technisch neuesten Stand. Was mache ich denn, wenn ich es tatsächlich viel kürzer nutze? Dann gibt es die Möglichkeit der außerplanmäßigen Abschreibung. Die außerplanmäßige Abschreibung kannst du vornehmen, wenn dein Gerät oder deine Anschaffung kaputt geht, verloren geht, geklaut wird oder auch aufgrund von schnellen technischen Innovationen einfach schneller weniger Wert ist. Dann kannst du abseits dieser gleichmäßigen Verteilung auch immer noch so eine außerplanmäßige Abschreibung vornehmen und zusätzliche Kosten einbuchen und damit vermindert sich natürlich auch der Restwert am Ende des Jahres, in dem du es genutzt hast und dann schreibst du im folgenden Jahr einfach ein bisschen weniger ab. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis und zwar seit diesem Jahr, seit 2021, müssen Computer, Hardware und Software nicht mehr abgeschrieben werden. Da gab es eine Gesetzesänderung und die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Computer wurde auf ein Jahr reduziert. Vollkommen egal, wie teuer dein Computer ist, du darfst ihn immer sofort als Aufwand behandeln, auch wenn du für 5.000 € wirklich einen teuren Computer kaufst. Das bezieht sich auf Computer, auf Laptops, auf Tablets, auf Server usw. und auch auf alle Geräte, die du im Zusammenhang mit dem Computer kaufst. Bildschirme, Tastatur, Maus, Drucker, alles was du quasi brauchst, um den Computer zu bedienen. Diese Änderungen wurden vorgenommen, weil der Gesetzgeber gesehen hat, dass die technische Neuerung so schnell ist, dass man sich Computer in der Regel häufiger kauft als alle paar Jahre und deswegen musst du da keine Abschreibung mehr vornehmen und du kannst diese Kosten wirklich sofort als Betriebsausgabe geltend machen. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen. Wenn du aber noch weitere Fragen hast zur Abschreibung, Nutzungsdauer, AFA-Tabellen usw., dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du gerade auch versuchbar bist nach einem Steuerberater, dann kann ich dir auch weiterhelfen. Dann klick doch mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung an. Da findest du alle Informationen zu unserem Angebot, speziell für Freiberufler und Selbstständige. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn du unseren Kanal abonnieren würdest. Das kannst du hier machen. Wir laden regelmäßig Steuervideos speziell für Freiberufler und Selbstständige hoch. Ansonsten gibt es aber noch zwei Videos, die solltest du auf jeden Fall mal anschauen. Das Video, da erkläre ich dir, welche Ausgaben du generell als Betriebsausgabe absetzen kannst und in der Buchhaltung berücksichtigen kannst. Und in dem Video gebe ich dir einen Überblick, also 13 Steuertipps, wie du weniger Steuern zahlen musst. Ansonsten gibt es noch zwei Videos, die du dir unbedingt nochmal anschauen möchtest, solltest, vielleicht bitte.